Und entscheidend ist das Rennen für sich, gewinnt mit 14,25. Das ist auch wieder ein schönes Teil der 2 Liter RS Escort 283. Der Norbert Schädlich aus Recklichhausen. Und links war das ein A Corsa. 228 Startnummer, der Thorsten Siebert aus Dortmund. Müsste eigentlich der Corsa vorne sein, weil er auch nichts wiegt. Und gewinnt knapp links der Corsa mit 14,25.